Das sind ja Bodentücher und die wandeln sich ja dann später in gerahmte Bilder. Viel Farbe ist nach unten getropft und hat dann eine bestimmte Masse ergeben. Du darfst es auch gar nicht wissen, das darf auch niemand wissen eigentlich, weil das soll ja eher so ein Geheimnis sein, wie sich Dinge entwickeln. Ich liebe das sowieso, wenn die Wände kaputt sind eher. Und dann funktioniert das mit der Malerei, finde ich, für meine Malerei sehr gut. Ich bin jetzt sehr positiv überrascht über den Uecker vor meiner Arbeit. Ich finde, das funktioniert super gut zusammen. Das hätte ich nicht gedacht.